...Monitor auf die Marke im ersten Rennlauf von Stefan Wiedenhofer. Kann er die Zeit von Rupert Schweiger im ersten Rennlauf noch unterbieten von 46.01. So, eine junge Dame haben wir jetzt auf der Strecke und zwar 15 Jahre jung, fährt ihr erstes Rennen heute auf einem Zweiergolf Stella Ocha Bauer, hat erst vor einem Monat die Rennlizenz hier bestanden.